Liebe Studentin, lieber Student, wir bleiben bei der Übung der Anwendung der deutschen Präpositionen. Bitte ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen bzw. auch die fehlenden Endungen, Deklinationsendungen. Ich werde Ihnen nach einer kurzen Pause die Lösung mündlich vortragen. Nun zur Lösung. Welch ländliche Idylle. Auf der linken östlichen Seite des Schuppens steht das landwirtschaftliche Gerät. Es steht außerhalb des Schuppens. Im Vordergrund steht ein grüner Traktor. Im Hintergrund, also hinter dem Schuppen, befindet sich das zum Bauernhof gehörende Agrargelände. Auf diesem Gelände stehen Obstbäume. Tschüss, viel Spaß, bis zur nächsten Folge.